Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie wissen ja, bei Coop kann man sich auch versichern lassen. Sechs bei Diebstahl, Unfall oder Haftpflicht, Coop-Versicherung bietet umfassenden Schutz und schnelle Hilfe. Vor allem hat sich Coop spezialisiert auf die Lebensversicherung. Herr Harriwe, was für Vorteile habe ich jetzt bei Coop-Leben? Bei Coop-Leben bekommen Sie sofort Schutz. Das heisst, vom Moment an, als Sie unterschreiben, sind Sie voll versichert. Und trotzdem haben Sie eine fünftägige Bedenkfrist. Während dieser Frist können Sie ohne Kosten vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Aha, das ist nicht selbstverständlich, oder? Nein, tatsächlich nicht. Die Leistung bietet allein Coop-Leben. Und das ist nicht von ungefähr, dass sich bis jetzt jeder sechste Schweizer für eine Lebensversicherung bei uns entschieden hat. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Harri. Sie sehen also, Coop ist auch mit einer leistungsfähigen Versicherung für Sie da, und zwar zu konsumentenfreundlichen Bedingungen, wie Sie sich das bei Coop ja gewohnt sind. Viel Liebe und Aufmerksamkeit, aber auch eine ausgewogene Ernährung und sorgsame Pflege, das alles ist wichtig für ein Baby. Coop offeriert Ihnen jetzt die besten Produkte der bekanntesten Marke zu familienfreundlichen Preisen. Mit Galactina ist Ihr Kind vollwertig ernährt. Bereits vom dritten Monat an gibt es von Galactina fix fertige, ausgewogene Mahlzeiten. Für die empfindliche Babyhaut ist Fissan die richtige Pflege. Die Produkte von Fissan enthalten wertvolle Substanzen, die in die Haut eindringen und sie nähren. Savet Baby sind feuchte Reinigungstücher für sichere und angenehme Säuglingshygiene. Und Avela Baby Elast-Hösliwindeln mit einer seidenweichen Fliessauflage haben eine besonders grosse Trockenwirkung. Dank neuer Mehrfachkleber kann diese Hösliwindeln öfters auf- und zugemacht werden. Sehr bequem und besonders günstig sind die Jogging-Trainer für Kinder und Erwachsene. Es gibt sie in verschiedenen fröhlichen Farbkombinationen. Ebenfalls profitieren sollten Sie von diesen vorteilhaften Camping-Angeboten. Zum Beispiel von dem mehrfach verstellbaren Liegestuhl mit dicker Polsterauflage. Oder dem Dreibein-Liegebett mit Federpolster und verstellbarem Kopfteil. Auch diese Woche wird wieder ein neues Go-O-P-Center eröffnet, und zwar in Zürich an der Wallisellenstrasse. Und jetzt wechseln wir die Kulissen, wir schalten nämlich um, in die Studienküche zum Go-O-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Der Go-O-Metzger hat uns für heute Abend ein Rindbrot empfohlen. Wir haben das Fleisch mit Sämf eingestrichen, mit Salz und Pfeffer gewürzt und im Erdnussöl gut angeboten. Wir haben eine besteckte Zeebeln dazu und dann mit Bouillon abgelöscht. Der Brot haben wir anderthalb bis zwei Stunden auf kleinem Feuer zugedeckt. Lass fertig schmoren. Wir nehmen das Fleisch jetzt raus. Und den Schuh mit saurem Halbrahm verfeinern. Wir geben dann auch noch ein paar Senffrüchte dazu. Das gibt einem einen guten Geschmack. Und dann können wir den Rindsbrot nach Stöckliart servieren. Mit einem Herdtöpfelstock oder Teigwaren und Salat. Das Rezept finden Sie in der Go-O-Zeitung und ich wünsche einen guten. Das Mittwochstudio ist für heute Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Schauen Sie jetzt aber noch, was man am Morgen bei Go-O-O-B kann günstiger einkaufen. Zum Anfang der aktuellen Preisschlager. Diese praktische Nylonsporttasche gibt es bei Go-O-B für nur 19 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Go-O-B. Alle Go-O-B-Sirup in der 1-Liter-Flasche jetzt 50 Franken günstiger. Ein Liter Go-O-B Mineralwasser statt 50 gibt es nur 40 Franken. Und das Depot. Ein Liter Rivella Rot oder Blau statt 31 für nur 1 Franken. Und das Depot. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag. 5 Kilo Vollwäschmittel Dixan statt 15,50 nur 13,50. 4 Kilo Gewebeverrädler Konfort statt 97 nur 5,90. Bananen, das Kilo nur 1,95. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. izquierda Untertitelung des ZDF, 2020